Es ist fast ausgewachsen hier. Schöne Rosenkäfer, der glänzt ganz toll. Geil. Und was habt ihr hier unten noch? Zwei Kröten. Der Wolk ist geil. Kann der über Wasser überhaupt leben? Ja, ja, das ist kein Problem. Ach, der atmet aber auch über Wasser? Ja, da muss er immer wieder. Der Rehbruch schläft hier. Kopf auf dem Boden. Nur seine Ohren. Hält er hoch. Sehr versteckt hat er sich. Mal zurückzoomen. Der unten. Da sitzt sie jetzt. Die Singdrussel warnt ein bisschen. Jetzt wirst du schön reinschauen. Dann lasse ich sie wieder in Ruhe. Da sind schon drei Eier drin. Drei Eier hat sie gelegt. etschen. Dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020